und wir sind zurück in limbo spiel fortsetzen ja gut ist auch eine weile her ne ach dat scheiße nein bitte kann ich irgendwas ich kann hier gar nichts nach scheiße ja genau ich erinnere mich da war doch was komme ich hier irgendwie zurück eigentlich ich komme theoretisch zurück aber es bringt nicht wirklich viel nein es ist unmöglich eigentlich mehr das ist unmöglich einfach weiter zu laufen komm jetzt weil ich mag es um klatsch klatsch kann ich hier noch irgendwie zurück kann ich bringe mir das was gibt es noch irgendwas was ich vielleicht wissen müsse in so bitte komm geh hoch m so ja toll ne wie das hier alles funktioniert warte muss quasi richtig momentan warten ja freundchen das ist das ding los das ist das ding los aber warte ich ahne erst mal und das war nicht sinn der sache scheiße verdammt erstens respawn noch schnell ganz kurz nicht wenn ich höre hier ist ja das geht das geht locker ja ok hier 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 ja das geht ganz gut eigentlich bisher aber jetzt hört das ganze auf gut zu gehen glaube ich hier hier doch einfach dann kann man so ein ding mit sich schleppen ich möchte nicht unhöflich wirken aber das ganze kommt irgendwie zu scheiße scheiße alter verdammt junge schnell verdammt verdammt so passiert hier und jetzt noch irgendwas worauf ich einfluss nehmen kann das wasser kommt näher näher und immer näher und und dann bin ich am arsch also das kann schon sehr gefährlich sein ich würde jetzt gerne noch in die andere richtung verdammt verdammt die verarschen so scheiße was machst du man ganz oft jetzt das ist das Ich muss hier noch einmal durch und dann noch in die richtige Richtung... Ah, scheiße! Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war das, was ich brauche. So, ich werde jetzt auch nur eine Folge aufnehmen, damit ich noch rechtzeitig schneiden und rendern kann. Beziehungsweise eben rendern, ohne großartig viel schneiden zu müssen. Also das wird dann alles deutlich einfacher. Junge! Alter! Würdest du mich verarschen? Warum springt ihr einfach? Ja komm, stirb schneller jetzt, ey. Ja, aber eil dich. Bitte. Eil dich doch einfach mal. Gut. Jetzt schnell, schnell, schnell. Schnell, beeil dich. Die Flut kommt, Junge. Die Flut. Die fucking Flut kommt. Junge. So, das Rohr da unten rechts, man sieht das nur ein bisschen, aber da unten rechts ist ein Rohr, das hier jetzt jeden Moment eigentlich auftauchen sollte. Und da müssten wir dann drauf springen können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nein, 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 verdammt, nein! Na, Junge, bist du wirklich so blöd? Alter, ja komm, komm, beeil dich. Oh, Mann. Na, Junge. Ich würde mal sagen, ich muss das so timen, dass das Rohr auf Öl der Nähe ist, sodass ich da nicht mehr reinlaufen kann. Ja, jetzt. Ja, ja. Danke, danke, Freunde, danke, Freunde, ihr seid so toll. Ich liebe euch. Kann ich hier hoch? Kann ich hoch? Ich muss hier hoch. Gott! Was? Nein! Junge! Nein! Verdammt, warum rede ich so scheiße? Toll. Ja! Da wird man wahrscheinlich einfach nur zu früh gesprungen. Hier muss man wahrscheinlich ziemlich genau spinnen. Yay! Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Scheiße. Ach, verdammt. Ja, komm. Zack. Und hoch. Ja, hurra. Oh. Hotel, nehme ich mal an, würde das heißen. Kann ich hier unten lang gehen, ohne direkt zu sterben? Ich kann, aber es macht wenig Sinn. Weil ich da nämlich indirekt sterbe. Oder so. Also, anlof nehmen und... Geronimo! Kaputt machen. Au! Scheiße. Verdammt. Au. Arsch. Au. Okay. Nein. Alter, das ist doch nicht... Ja, fall noch tiefer. Genau. Junge, was machst du hier? Ich nehme an, ich muss da irgendwie drüber. Während das Ganze nicht unter Strom steht. Ja, jetzt und... Oh, nein! Verdammt! Das gibt's doch nicht. Scheiße. Mein Gott, dann geh halt runter. Scheiß auf Leiter. Übergewertet. Ah, Mann! Mann! Habe ich hier hinten noch irgendwas, was ich dafür vielleicht mitnehmen könnte? Oh, respawn doch mal endlich! Das ist ein bisschen nervig mit meinem respawn. Hm. Aber das bringt uns ja auch nicht wirklich was, ne? Ah, okay, ja. Das nutze ich also auch nicht. Oh, Mann! Warum geht das immer an, wenn man da drauf ist? Kann das nicht mal ein bisschen länger ausbleiben? Ich hätte da auf das O irgendwie auch gemusst. Ja, zack! Ja, haha! Oh! 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 Krieg ich das jetzt hier auch kaputt? Nein! Verdammt! Aber jetzt sag mir nicht, dass er wieder weg ist, ne? Alter, wenn das jetzt weg ist... Ey, scheiße, Mann, da. Es ist weg. Na, ah, Junge! Willst du mich verarschen? Also ernsthaft, jetzt kannst du nicht mal... Wie ist das? Ein bisschen richtiger springen? Junge, wenn... Alter, bist du wirklich so blöd? Mein Gott, also ich meine, es ist ein kleiner Junge, ne? Aber... Aber... Echt... So... Intelligent... Muss er doch wenigstens sein. Ja. Na, Junge! Alter! Das ist doch scheiße, dass es hier einfach immer angeht, wenn das gar nicht angehen sollte. Oh ja, jetzt gehe ich ja hoch. Das wird so gar nichts, ey. Das ist doch echt scheiße gemacht. Raging in Limbo. Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal vorkommen würde. So. Geh an. Danke. Und jetzt. Das ist doch nicht wahr, ne? Alter. Man muss da quasi auf die Millisekunde... Genau. Wie scheiße ist das denn? Jetzt spring... Ja. Und... Lauf da rüber. Lauf da rüber, meine Güte! Bist du so blöd oder tust du nur so? Entschuldigung. Das riecht mich gerade ein bisschen auf. Ernsthaft jetzt. Alter! Du wirst mich doch echt verarschen, oder? Ja, so spiele ich im Rage-Mode. Ähm. Komm, geh an, meine Fresse, ey. Das ist doch echt... Das ist doch echt verarsche. So, und rüber da und... Alter, willst du mich verarschen? Ja, das ist ein... Das ist leuchtendigend nicht mehr berührt. Was soll der Scheiß? Meine Güte, spring doch einfach da rüber. Rüber! Und rüber! Na, bitte! Endlich! Echt, das hättest mir auch nicht sagen können, dass er wirklich so gut ist. Er ist definitiv nicht der intelligenteste Mensch der Welt, das ist klar, aber... Wenigstens ein bisschen, meine Presse. Danke. Und... Zack, mach aus! Ist es aus, ist es aus. Danke. Dann wäre das Problem also gelöst. Das heißt, ich kann jetzt einfach rüber, ne? Lass mich raten, jetzt fängt halt wieder an, hier zu fritzeln. Dann eben jetzt. Dann eben jetzt. Dann eben jetzt. Wenn du hier jetzt runterstürzt, wenn du hier jetzt... Dann hättest du in die Fresse gekriegt. Schönes Dach. Da möchte ich auch gerne wohnen. Ernsthaft jetzt. Ah. Scheiße. Gut, das wäre auch geschafft. Und das ist ein Leiterwagen. Toll. Ein Leiterwagen. Dann schieben wir ihn einfach mal so hinten ran. Das wird niemals halten. Ernsthaft jetzt. Krieg ich hier irgendwie das Glas kaputt? Nee, das geht sogar. Aber bringt mir das auch was hier, das Glas kaputt zu machen? Das geht einfach nicht kaputt. Ich springe hier einfach mal drüber. So, mit dem Ding hier kann ich aber auch nichts, ne? Nee, äh, scheiße. Ach, verdammt, ich wette, der Ansatz war schon gar nicht so schlecht. Toll. Der Ansatz war schon gar nicht so schlecht. Junge, ernsthaft jetzt. Lass mich verarschen. Dann nimmt das Ding halt wieder mit. Ist ja nicht so, dass das irgendwie wichtig wäre. Und, verdammte Scheiße. So, nicht dein Ernst hier, oder? Alter! Ja, piep doch rum, ey. Alter, ernsthaft jetzt. Alter, das ist doch nicht mal. Jetzt schieb das Ding doch einfach hier rüber. Toll, ey. Jetzt... So rum. Meine Fresse. Das ein... Ich meine, das ist ja ein Mensch, ne? Das ein Mensch so blöd sein kann, ne? Das ist, äh, äh, ist schon... Wahrscheinlich ist dieser, der blöde Mensch... Wahrscheinlich bin einfach nur ich das. Mann! Aber wahrscheinlich ist der das, wenn der da nicht ordentlich drauf springt. Mann, jetzt nimm das Ding mit. Nimm das Ding mit. Danke. Schieben. Draufspringen. So. Ist doch gar kein Problem, oder? Und jetzt... Kaput. Hier. Toll. Also... What? Oh. Leut. Gut. Ja. Wird ne 20 Minuten Folge dann... Ja, dann... Beende dich an diesem Punkt einfach mal die Aufnahme und... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.